Ich habe dir das von meinen Albtraum erzählt. Die sind schlimmer geworden. Ich bilde mir ein, dass ich verfolgt werde. Ich will wissen, ob das ein Geist ist oder mein Kopf. Bist du jetzt hier? Ja. Ich bin übrigens Henry. Du existierst gar nicht. Das ist alles gut. Du spürst, du hast nachdränglich. Was ist passiert? Geht's nicht gut? Du bist das Beste, was mir seit einer Ewigkeit passiert ist. Vergiss die Alte. Du liebst sie nicht. Weißt du warum? Du weißt nicht, kannst du. Was ist denn hier? Es fühlt sich manchmal so real an, dass ich gar nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht. Ich bin echt. Hast du noch Angst? Ja. Ich bin Untertitelung. BR 2018